Hallo und herzlich Willkommen zum Best Level Monday Impuls. In diesem ersten Video zu diesem Best Level Monday Impuls will ich euch ein paar Hintergründe weitergeben, welche Ideen in diesen Videos in Zukunft steckt. Mein großer Wunsch ist es, dass möglichst jeder Mensch mit einer starken Inspiration auf den besten Lebenslevel durchs Leben gehen kann. Und ich möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten, indem ich jede Woche zum Start in die Woche so ein kleines Inspirationsvideo weitergebe. Und diejenigen, die es interessiert, sollen darin so die Inspiration für die kommende Woche rausziehen und einige Gedanken mitnehmen, die ihnen hilft, die Inspiration für die kommende Woche auf einem guten Lebenslevel, wie gesagt, leben zu können. Und wir alle kennen ja die Situationen, dass es gute Situationen gibt, die uns guttun, aber es gibt auch immer wieder Situationen, die uns herausfordern. Vielleicht auch Rückschläge, vielleicht auch Misserfolge. Und ich möchte dir für diese Woche eine Inspiration mitgeben. Egal, was diese Woche in deinem Leben und in deinem Handeln passiert. Ich wünsche dir natürlich, dass möglichst viele gute Momente auf dich warten, aber vielleicht gibt es auch die eine oder andere Situation, die dich herausfordert. Und dann geh doch mit diesen Gedanken diese Situation an. Was wäre, wenn alles in deinem Leben für dich und nie gegen dich ist? Wenn du diesen Gedanken zulässt oder diesen Gedanken dir in bestimmten Situationen bewusst machst, dann weiß ich aus eigener Erfahrung, dass wir anders mit diesen Situationen umgehen werden. Denn diese Situationen sind dann auch für uns, indem wir wachsen, indem wir uns weiterentwickeln, indem wir besser werden. Und dieser Gedanke, diese Inspiration hilft, damit du mit solchen Situationen in der kommenden Woche, aber auch zukünftig, anders, vielleicht ein Stück weit positiver und besser damit umgehen kannst. Ich wünsche dir für diese Woche eine starke Inspiration, viel Freude, viel Begeisterung bei dem, was du tust und diesen Schuss Leichtigkeit, den wir einfach brauchen, damit die Dünne sich einfach auch gut anfühlen und wir gute Ergebnisse und gute Erlebnisse haben. Das wünsche ich dir. Freue mich, wenn du beim nächsten Impuls wieder dabei bist. Bis dahin entdecke in dir, was möglich ist. Dein Jürgen Zwitte